Willkommen zu unserem Rammstein-Interview. Hier mit uns ist Till Lendemann. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin der Singer vor Rammstein. Was haben Sie vor Rammstein gemacht? Ich war in Wählerbands. Einer war Fürstarsch. Erzählen Sie uns mehr. Denn ich habe Paul Landers in Schweren getroffen. Und wann haben Sie die anderen getroffen? Ich habe Bassis Oliver Radel, Schlagsüge, Christoph Schneider, das Keyboard Christian Lorenz, der andere, Gitarrest Richard Krusby getroffen. Ihre Leiter geführt mehr. Wie beschreiben Sie seine Musik? Erzählen Sie mir von Dalai Lama. Ich mag diese Slide. Es gibt viele Themen. Dieses Slide stammt von Götz der Irrkönig. Im Vergleich zu der Irrkönig ist das Flugzeug das nur Thema oder Element in diesem Leid. Götz's Gedicht hat ein Fert. Und sehr langsbeplatte hat ein flägend Thema. Warum es ist Reise-Reise heißt. Warum Dalai Lama? Der Dalai Lama hat Angst vor Fliegen. Oh wow. Hammer. Damit ist das Interview. Dankeschön, Till.